Ja, vielleicht noch abschließend, damit wir dann irgendwie unser Gedanke nochmal zusammenfassen können zu dem Beitrag oder zu dem Thema an sich, da wird es wieder so detailliert interessant, was du jetzt am Ende gesagt hast, nämlich, dass da wieder klar wird, welche zusätzlichen Kompetenzen Führungskräfte eigentlich mitnehmen können oder können müssen, mitnehmen müssen in ihre gesamte Arbeit. Wir haben ja immer wieder schon diese Witze gemacht, dass so die grundsätzliche Erwartung in vielen Fällen ist, ja, ja, Führungskräfte treffen nur Entscheidungen und das ganze Leben ist eine große Entscheidung, irgendwie nehme ich Bus A oder nehme ich Bus B und nichts anderes passiert den ganzen Tag und da haben wir ja letztens schon festgestellt, so, ja, wenn es nur so wäre, wäre es vermutlich auch nicht besser, aber so viele kleinteilige Dinge und das ist auch nochmal ein riesen Baustein, weil alles, was wir jetzt so irgendwie im Gespräch irgendwie herausgefunden haben, deutet für mich alles wieder darauf hin, wie wichtig es ist, überhaupt darüber Bescheid zu wissen, wenn ich das jetzt sehr grob sagen kann und darüber zu reflektieren, wie denn das eigene Team bisher überhaupt funktioniert und wie funktioniert denn unsere Arbeit, wie funktioniert denn unser Unternehmen und das klingt jetzt alles sehr, ähm, vielleicht sehr simpel, wenn man sagt, ja, gut, natürlich werde ich wissen, wie mein Team funktioniert und das, ja, aber wirklich, weiß man das wirklich, dass, ich meine, nämlich auf eine Ebene, mit der man auch arbeiten kann, weil das, dass man weiß, ja, ja, dort sind fünf Menschen im Team und ich glaube, die kommunizieren gut miteinander, ich glaube, die haben ihre Deadlines oder beziehungsweise, ja, ja, sie schaffen ihre Deadlines, aber zum Beispiel, also eben als Beispiel, ja, aber kommen die zu diesen Deadlines gut hin oder schaffen die die Deadlines gerade noch und das sind ja alles Dinge, die, die hängen an der Führungskraft und das ist der Prozess, den muss man, den muss man eigentlich mal gehen können oder soll dir denn die Kompetenzen dazu zählen oder dazugehören